Sparkasse Hagenburg, Apparat Bote. Was? Der Goji-Preis ist gefallen? Da ist man einmal nicht zu Hause. Morgen. Guten Morgen. Schön hier. Ja, lässt sich doch gut arbeiten bei so schönem Wetter. Lass uns mal anfangen. Na dann los, Kaffee trinken kannst du später. Heiko, Kundschaft. Nicht mal fünf Minuten Ruhe. Pass auf, die stechen. Na, was hast du mir denn schönes mitgebracht? Sind sie neu hier? Geld kann ich immer gut gebrauchen. Dein Geschenk? Deine Mama wartet bestimmt schon auf dich. Und dann noch ein Brot. Hat da jemand den Schlüssel? Versuch's mal hier mit. Boah, kein Alarm auslösen. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe heute eine Überweisung. Überweisung? Das machen wir doch heute mit der Sparkassen-App. Ich zeig Ihnen das mal. Ach, er ist ja gut versichert. Endlich Feierabend. Das habe ich mir jetzt aber verdient. Wenn du noch mal Hilfe brauchst, sag Bescheid. Alles klar. Der Saft geht auf mich. Was ist ja nicht von der Träume. Ich weiß, dass du dich bewusst erst mal aufwärtsst. Was ist ja nicht? Aufmerksam ist. User im Zifel. Das ist ein Wiesel. Das ist ein Wiesel. Der Saft geht. Das ist ein Wiesel. Vielen Dank.